Guten Abend, ich begrüße Sie zu einem neuen Video. Dieses Mal geht es wieder um Uran. Und zwar speziell um den Engpass bei Uran. Weil 40% kommt aus Russland, aber jetzt nicht vom Uran, sondern von einem angereicherten Produkt. Also dieser Brennstoffzyklus hier, vom Uranabbau bis zum Kernkraftwerk hat einen Flaschenhals und der ist bei der Anreicherung. Welche Aktien davon profitieren können, erfahren Sie in diesem Video. Wenn Sie den Kanal abonnieren wollen, hier rechts diesen Knopf. Und es geht direkt los mit der Übersicht. Also Uran ist zurück, hat einen mega Aufwärtstrend. Seit zwei Jahren mache ich Videos zu dem Thema. Es geht hoch und runter. Und es ist definitiv im Aufwärtstrend. Und da gibt es einige Argumente dafür, die zeige ich am Anfang. Und dann komme ich zu dem Thema des Videos, der Flaschenhals. Also da gibt es bestimmte Stellen in diesem Prozess zu den Brennelementen, die man für ein Kernkraftwerk benötigt, wo es Engpässe gibt. Wenn man zum Beispiel Sanktionen gegen Russland machen würde oder die man jetzt auch schon macht. Und da schauen wir speziell drauf, vor allen Dingen, welche anderen Hersteller gibt es. Da gibt es nämlich einige in Europa, in Deutschland auch. Und in Frankreich, da schauen wir drauf. Und dann in den USA die Firma Centrus Energy, nehmen wir ganz genau unter die Lupe. Und zum Schluss nochmal ein paar Sachen zum Uran an sich, Zuflüsse in den ETFs. Und warum sind die Aktien schwächer als Uran in der letzten Zeit. Fangen wir aber direkt an. Hier ein Artikel aus der Money Week, das ist so eine britische Zeitung. Und am 15. April erschien dieser Artikel, Fueling a Nuclear Renaissance. Also das Nuklear Comeback ist in vollem Anmarsch. Insbesondere in Europa, aber natürlich auch weltweit. China hatte ich schon oft erwähnt, die bis 2035 ihre Flotte verdreifachen wollen. Dann gibt es den Spot Fund, der so eine Produktion, Jahresproduktion von Frankreich mittlerweile investiert, in Uran. Und dann gibt es USA natürlich, die Richtung Kernkraft gehen, aber auch Europa. UK, Frankreich, Belgien, Niederlande, Tschechei, Polen, Estland, Slowenien, Serbien. Eigentlich alle außer Deutschland, aber das ist ein anderes Thema. Wir hätten noch drei Kraftwerke am Laufen. Ich hoffe, dass es da irgendwann mal eine Diskussion darum gibt, ob man die länger laufen lassen kann. Aber es ist ein anderes Thema. Also definitiv, Uran ist zurück in der Mode, wie es hier unten steht. Uranium ist back in fashion. Aber es gibt einen Bottleneck, also einen Flaschenhals. Und der ist nicht in der Produktion. Die kommt aus Kasachstan. Aber Kasachstan hat immer noch gute, also hat sich distanziert von Russland. Mehr oder weniger bleibt neutral, liefert immer noch Uran. Das geht aber durch Russland. Aber das größere Problem ist nicht das Uran an sich, sondern die Anreicherung des Urans. Und da hat Russland 43% der weltweiten Anreicherungskapazität, gefolgt von Europa mit 33%, China 16% und USA nur 7%. Bei Kasachstan ist natürlich noch ein Problem, dass zum Beispiel für Kasatomprom das Uran durch Russland exportiert wird via St. Petersburg. Aber da gäbe es andere Möglichkeiten, zum Beispiel über das Tote Meer. Da gäbe es andere Routen oder über China. Aber wichtig ist der Flaschenhals der Anreicherung. Und da schauen wir jetzt mal ganz genau drauf, in diesem Brennstoffzyklus. Zunächst nochmal diese Tabelle hier. Also Russland von diesen 66.000 Tonnen pro Jahr angereichertem Uran macht Russland 28.000 Tonnen Uran. Und der Rest, wichtig ist hier Urenko. In Deutschland Kronau, komme ich gleich drauf, 14.900 Tonnen. Und dann gibt es ein paar kleinere USA, auch wieder von Urenko. Und China, aber ganz wichtig Russland. Und wenn man die sanktionieren würde, würde man in diesen Flaschenhals natürlich reinlaufen. Wie kommt der überhaupt zustande? Also ganz kurz, dieser Zyklus für der Brennstoffkreislauf ist sehr wichtig zu verstehen. Uranabbau, 40% in Kasachstan, mit der Fracking-Technologie quasi. Sehr kostengünstig. Und in Kanada gibt es zwei, drei Minen. Hauptsächlich von Cameco die größten. In Australien große Vorkommen. Afrika Global Atomic. Und so weiter. Aber Uranabbau ist nur ein Teil. Und bis es dann hier im Kernkraftwerk landet, das dauert ungefähr zwei Jahre. Da gibt es erstmal Aufbereitung, Konversion und dann Anreicherung. Und in diesem Bereich ist Russland sehr wichtig. Während Brennelementefertigung, das können die westlichen Länder, sind da einigermaßen gut aufgestellt. Und wenn man sich das betrachtet, vom Kernkraftwerk her, dann ist natürlich so, der Uranpreis, Uranabbau, interessiert erst sekundär. Man will ja die Brennelemente kaufen und dann ist man direkt an diesem Anreicherungszyklus dran. Und deswegen ist das so wichtig. Und wenn wir hier nochmal zurückgehen, wenn jetzt Russland boykottiert werden würde, schauen wir natürlich zuerst mal nach Deutschland und Frankreich. Weil da gibt es eine Urananreicherungsanlage in Gronau. Aber, die ist nicht an der Börse notiert, die gehört zur Urenko-Gruppe. Ein Kumpel von mir hat einen Witz gemacht, gehört wahrscheinlich einem russischen Oligarchen. Das glaube ich nicht. Es gab aber schon die Diskussion, ob man die auch im Zuge des Abbaus von Kernkraftwerken, ob man auch konsequent noch diese Urananreicherungsanlage abbauen sollte. Das ist natürlich eher so ein linkes Lager, was das fordert. Ich persönlich fände es keine gute Idee, wenn man da schon führend ist und sehr wahrscheinlich das Staat hier ganz gut verdient. Aber, wenn man jetzt hier nicht investieren kann, wo könnte man denn investieren? USA hatten wir gesehen, hat einen Marktanteil von unter 10%. Aber es gibt einen kleinen Marktanteil und das ist die Firma Centrus Energy. Dann Cameco, dieser große Player aus Kanada, spielt natürlich auch mit. Der hat vor kurzem so eine Firma übernommen, GLE. Die möchte diese Anreicherung mit einer neuen Lasertechnologie machen, aber das ist Zukunftsmusik. Das wird erst Mitte der 20er Jahre kommen, also so ungefähr in drei Jahren frühestens. Und Centrus ist aber schon weiter. Die haben nämlich gerade eine Genehmigung bekommen für die erste Anreicherungsanlage in Pykton, Ohio. Und die wird in Betrieb gehen im Juni dieses Jahres. Und das ist wichtig zu wissen. Und jetzt schauen wir mal auf den Chart von Centrus. Und der spiegelt das überhaupt nicht wieder. Da schauen wir jetzt mal drauf. Wir sehen hier Centrus. Hat einen super schönen Aufwärtstrend gehabt. Bis zu 75 Dollar im Hoch. Und hat seither konsolidiert von November. Und richtig stark bergab ging es dann hier am 11. März. Und wenn wir hier sehen, verglichen zum Uran-ETF, zu allen Aktien, dann sehen wir auch, dass es komplett unterperformt hat seit November. Und die Frage ist eigentlich, warum? Und hier insbesondere am 11. März, wo es so rapide bergab ging. 11., 12., 13. März, da schauen wir jetzt mal drauf. Wollte ich hier reinzoomen, hatte ich aber nicht vorbereitet. Und da gab es genau am 11. März von einem Analysten wurde die Aktie runtergestuft von Rotkapital, weil Russland ein großer, ein Major-Concern, eine Besorgnis war. Centrus Energy hat gute Ergebnisse geliefert, aber wurde auf neutral von Kauf runtergestuft wegen Russland. Also da sind die Russland-Risiken drin. Und das ist sicher berechtigt, weil die natürlich da Material herkriegen. Aber wichtig sehe ich die Technologie und wie die Firma aufgestellt ist. Und wenn man sich den Chart nochmal hier anschaut, dann hat es hier doch eine ganz gute Unterstützung. Und hier ein Dreieck und es könnte nach oben ausbrechen. Ich persönlich habe hier mal rein spekulativ eine kleine Position in Centrus aufgebaut. Allgemein zu Uran, wir sehen hier ziemlich starke Zuflüsse im Februar, März. Damit ist der Markt natürlich auch angetrieben worden. Aber die Zuflüsse gingen Mitte März, Ende März und Anfang April weiter. Also Uranium weiter mit Zuflüssen. Dann noch ein spannender Aspekt. Die Uranaktien sind schwächer als Uran. Das sehen wir hier oben der Uran-ETF, der alle Aktien beinhaltet oder viele wichtige Uran-Aktien. Und nun den Uran-ETF durch Yellow Cake. Yellow Cake ist eine Firma, die direkt in Uran investiert. Die ist auch handelbar an der Börse. Yellow Cake hat quasi den Uran-ETF outperformed. Der Uran-ETF durch Yellow Cake. Zuerst seitwärts und dann abwärts. Und die Frage ist eigentlich, warum ist das so? Und man könnte jetzt natürlich argumentieren, ja das hat das Nachholpotenzial, kann wieder hochkommen. Aber zunächst mal kann man sich ja fragen, warum hat Uran unterperformed? Und das könnte, also die Aktien, das könnte auch damit zusammenhängen mit dem Uran-Zyklus, dass quasi das hauptsächlich Produzenten sind, die hier drin sind. Und die Produzenten haben ja auch nicht nur Vorteile, dass der Uran-Preis steigt, sondern die haben auch höhere Kosten, zum Beispiel, dass sie verschiedene Teile nicht mehr herbekommen, dass Arbeiter teuer werden, diese ganzen inflationären Effekte. Und von daher vielleicht diese Unterperformance oder die Aktien sind ja einfach schon zu gut gelaufen. Oder ist es wirklich ein Nachholbedarf? Schreiben Sie gerne mal unten in die Kommentare, was Sie so glauben, woran das liegt. Und auch Ihre Meinung zu Zentrus würde mich interessieren, weil das habe ich relativ neu entdeckt. Das war mal ein Wunsch von einem Zuseher, der das unter das Video geschrieben hat. Ich soll mir die doch mal angucken. Und im Zuge dieser Anreicherungsgeschichte und der Dominanz von Russlands bin ich da drauf gekommen und habe dann dieses Video jetzt gemacht. Kommen wir zur Zusammenfassung. Also Uran ist definitiv weit im Aufwärtstrend, dafür gibt es viele gute Gründe. Es ist quasi jetzt so, dass zum ersten Mal die Welt Uran eigentlich akzeptiert als grüne Energie und als irgendwas Positives, nachdem es eigentlich nach Fukushima insbesondere wirklich nicht gut ausgesehen hat für Uran an sich. Und die Technologie hat natürlich ihre Gefahren. Aber es gibt halt keine Energieform, die so zuverlässig ist und gleichzeitig so wenig CO2 produziert wie Uran. Und deswegen ist der Trend weltweit einfach Richtung Uran. Und wenn wir jetzt diesen Ukraine-Russland-Konflikt haben und der wird wahrscheinlich weitergehen, dann wird es irgendwann so sein, dass man versucht, russisches Uran und insbesondere russische Technologie zu sanktionieren. Und dann ist dieser Anreicherungsaspekt sehr wichtig, weil Russland dominiert. In der Anreicherung des Urans hat ein Markteinteil von über 40 Prozent. Und dann wären die Alternativen wichtig, die sind in Deutschland, aber nicht börsennotiert. Und dann sind so Firmen wie Zentrus Energy interessant und Cameco käme einfach noch viel später. So, zum Haftungsausschluss zum Schluss. Sie müssen davon ausgehen, dass ich als Ersteller dieser Videos hier zeigte Aktien selber habe. Zentrus habe ich insbesondere heute direkt gekauft und damit von ihrer Umsetzung profitieren würde. Sie handeln auf eigenes Risiko. Ich kenne Ihre persönliche Situation nicht. Lesen Sie sich das ganz genau durch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.